Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Galinde Gönning. Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mal wieder gab es in Deutschland heftige Regenschauer und folgende Erdrutsche, vermutlich ausgelöst durch den Klimawandel. Auch im Norden Deutschlands wurden viele Städte durch den steigenden Meeresspiegel überschwemmt. Viele Städte wurden zerstört und tausende Menschen starben. Wir hatten das Glück, uns auf ein Boot retten zu können. Mama, ich will nach Hause, ich ist kalt. Und ich habe mir letztens erst ein neues Auto gekauft, für das ich sieben Jahre lang gespart habe. Scheiß Wetter. Hätten wir früher gehandelt, wäre es nie so weit gekommen. Das war es mit den Katastrophen von heute. Wir sehen uns wieder um 20.15 Uhr. Bis dahin noch einen schönen Abend. Das war es mit dem Katastrophen von heute.